Musik 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 Christian Comidelli der italienische 100'000. Ich habe ihn angehört. Er ist von U23, er ist 23, und ist schon mehrfach der italienische Meister. Er ist 12 Platz mit den wahren Meistern. Er ist in der Unterweite wie auch von Lutri e Cappera im Team Roule, das ist ein Mannschaftsfahrer im Unterweite. Er ist schon dritten geworden an der Weltmeisterschaft in der U23, in der Union oder in 2008. Der Bundesponmer, der hat zwei Sitz im Schulz. Gutt, 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 Gutt ehrmesse! Schönen guten Morgen! Neujahrsstraße, Frau Kirscher, grünen Mannen. Es geht jetzt, Frau Kirscher, alle. Wir probieren, wir haben hier gepasst. Und es kommt vor, morgen. Wir wünschen uns, wir können gut vorgaben. Gehen wir über. Hoch, 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 hoch! ... der jetzt bereits Weisweserik von Franz Paul, wir sind aber zu weitermin mit dem Buryboden. Jemand, jemand! Ja, jemand, jemand! Er ist jetzt hier gewesen. Er ist immer mit dabei. Das ist der Fabio Urschi. Das ist auch immer noch Tiwitaner. Und das ist für ihn her. Ja, wir haben schon die Schalterhäuser auf die Wehre in der ersten halben Uhr. Sie haben eine dritte Position, wir kriegen die Bräder hier und dann haben wir die Ausgabe. Die Gruppe ist ohnehin weg, alle! Wir haben die Gala, 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 die Gala. Wir haben hier in der ersten Pf기도 gräuer популярlich gefurezelt, wir haben auch in der ersten Pflichten eine dritte Position Laus, die Stammционizzur, wir sind aufgeschlossend habt, da geht er, da geht er – Тurut! ASYMMELING-SCAACHTCHTCHARCHEST! SAXTCHTCHTCHEGSCHTCHTCHTCHTTCHTCHCHTCHTCHTCHCHTCHCHTCHCHTCHCHTCHALL Der vorbeiratende Bioden, in den Morgen, ist der Kobi-Bohr, in Portugal. Und er hat auch gestern... Nein, nein. Also, die Kobi-Bohr, hat sich dabei. Noch zehn Minuten. Ich bin jetzt bei der Polizisten, die mit den Geistern. Neue Kottieren. Neue Ruf. Binden. Angriffen. Cinque Dini. Die Runde sind wieder in der Rennkennung. Die Runde sind wieder in der Rennkennung. Wir wissen ja, wie viel Mal das Fabio aussehen. Dann noch mitmacht das Spiel. Das war der erste, was ich vor mir hatte. Das sind sicher Erfahrungen, wenn wir den Fahrer zuhören. Markus, Kuliger. Er passiert. Hier, wo man natürlich kennt, aber auch in vielen Jahren. Und jetzt Fabian Obrich. Durch drei. Mit diesem Anstrengt, dass die anderen wieder rumpeln gehen, nicht wieder rumpeln gehen. Das ist, was er noch... Sie wissen alle jetzt dabei. Sie wissen alle gut. Er ist ein Typ von hier. Der freutliche Spitzene. Feuer für das nur der einzige Schweizer, das jetzt in diesem australischen Italienischen Palanz auf der Spitze! Mese Wildober. Wir ehren den Sieger vom heutigen Tag in einer Sprissentscheidung für das Got Swisspower Mountainbike Team, Marcel Wildhaber. Selle Italia, Guergitto, Enrico Franzoi. Bis zum Schluss ganz vorne mit dabei für das Active Bianchi Team, Christian Cominelli. Danke, Marcel Wildhaber, danke, Enrico Franzoi und danke, Christian Cominelli für das spannende Rennen.